Musik Mein Name ist Volker Kemmerer, ich bin der Vorstandsvorsitzender der WWG Fortschritt der Sonnershausen EG. Mein Name ist Thorsten Höcker, ich bin der Leiter der Technik und bin schon seit acht Jahren bei der WWG Fortschritt. Der Standort, wo wir uns jetzt hier befinden, ist die Edmund-König-Straße 13 und 13a in Sonnershausen. Wir haben hier zwei moderne Stadthäuser gebaut mit 24 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit. Auf dem Dach haben wir eine Photovoltaikanlage errichtet. Unsere Mieter können direkt von dieser Photovoltaikanlage profitieren, können direkt Strom von dieser Anlage beziehen. Das ist 100% Ökostrom, preiswert und sauber. Wir haben derzeit 1050 Wohnungen an drei Standorten. In den Wohnungen wird natürlich ständig gearbeitet. Wir sanieren im Jahr ca. 75 Wohnungen. Wir sind also hier der günstigste Anbieter weit und breit. Es stärkt natürlich den Zusammenhalt auch in den Hausgemeinschaften enorm, wenn man auch stolz auf das Projekt ist, in dem man ein Objekt ist, in dem man wohnt und sich damit identifiziert. Wir denken, dass wir hier eine gute Lösung geschaffen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017